Shyenasana, der Falke, eine Variation des Handstandes. Felix zeigt, wie es geht. Von der knienten oder stehenden Stellung ausgehend, gib die Hände fest auf den Boden und dann hebe ein Bein nach dem anderen hoch, bis du im Handstand bist. Manchmal musst du ein paar Mal probieren und wenn du dann im Handstand bist, gibst du die Beine etwas weiter nach hinten und senkst die Nase nach unten. Und wenn du die Nase fast auf dem Boden hast, dann ist das Shyenasana, der Falke. Manchmal ist es gut, ein paar Mal zu üben, bis du es kannst, denn all diese Gleichgewichtstellung erfordert viel Kraft. Das ist jetzt Shyenasana, die Nase Richtung Boden und dann langsam wieder hochkommen. Ja, danke an Felix. Du hast gesehen, sie ist eine Herausforderin des Asana. Probier es öfters aus. Natürlich, zuerst musst du wissen, wie du überhaupt den Handstand übst. Da gibt es auch auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de viele Tipps. Oder du gehst mal zu Yoga Vidya Bad Meinberg, wo auch Felix ab und zu mal Yoga-Stunden gibt. Und er ist hier der Handstand-Spezialist, der zeigen kann, wie man mindestens die einfacheren Variationen des Handstandes lernen kann.